Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einer neuen Schiffsvorstellung. Heute haben wir den Premium Kreuzer auf Stufe 5, die Perf am Start. Dort werden wir uns natürlich alles genau anschauen, welche Module ich nutze. Dann gucken wir uns die Verbrauchsmaterialien an, die Werte, vergleichen diese mit anderen Kreuzern auf der Stufe. Dann gibt es die Kapitänskillung und das erste Gameplay. Fangen wir doch mal direkt beim Modul an. Dort nutzen wir einmal im ersten Slot C-System Mod 1, um einfach die Streuung ein bisschen besser zu machen. Man könnte auch überlegen, vielleicht die Flugabwehr ein bisschen von der Reichweite zu verbessern. Allerdings dort schon mal eine kleine Vorwarnung. Das Schiff hat leider eine relativ schlechte Flugabwehr, was den Schaden angeht. Und als zweites nutze ich Steuergetriebe Mod 2, um einfach die Ruderstellzeit ein wenig zu verbessern. Bei den Verbrauchsmaterialien haben wir einmal Schadensbegrenzung mit unendlich Aufladungen. Als zweites das Sonar mit 2 Aufladungen und einer Schiffsortung von 4 Kilometern und einer Torpedoortung von 2,8 Kilometern. Im dritten Slot haben wir die Auswahlmöglichkeit zwischen dem defensiven Flakfeuer mit 2 Aufladungen. Wir müssen aber dazu sagen, dass dieses Schiff wirklich keine gute Flugabwehr hat auf der Stufe. Selbst wenn man diese quasi um 200% verbessert, ist das wirklich nicht viel, was dabei rumkommt. Und als zweites hätten wir die Möglichkeit, den Katapultjäger mit 3 Aufladungen zu nutzen. Was ich wahrscheinlich auch hier an der Stelle auf jeden Fall machen werde. Einfach in Kombination mit dem Nebelerzeuger. Natürlich relativ interessant. Man kann in den Nebel sitzen und hat selber ein Flugzeug, was ein bisschen Aufklärung leistet. Das ist natürlich sehr angenehm und kann daher den Nebel wirklich gut nutzen. Und wie schon erwähnt, im letzten Slot haben wir den Nebelerzeuger mit 3 Aufladungen. Das ist natürlich ganz nett. Der Nebelwand ist hier 10 Sekunden. Das ist halt auch wieder so ein Nebel, den man in der Fahrt nutzen kann, was natürlich ganz angenehm ist. Dann kommen wir zu den Werten. Diese werden wir natürlich mit anderen Kreuzern auf der Stufe vergleichen. Wir haben bei Überleben 35 Punkte. Trefferpunkte sind 27.100, was auf jeden Fall wenig ist für die Stufe. Panzerung sind 10 bis 100 Millimeter. Schauen uns dort natürlich schnell die Panzerungsgruppen an. Haben hier 16 Millimeter. Bugpanzerung allgemein auf jeden Fall ein Schiff, was nicht wirklich sonderlich gut gepanzert ist. Dementsprechend ist es natürlich auch wichtig, dort den Nebel oder andere Deckung zu nutzen, um dort nicht so schnell aus der Runde draußen zu sein. Auch die Zitadelle hier ist auf jeden Fall sehr, sehr gigantisch oberhalb der Wasserlinie. Also Breitseite speziell gegen Kreuzer, Schlachtschiffe, aber auch teilweise Zerstörer muss man wirklich aufpassen. Außerdem haben wir hier auch keinerlei Torpedoschutz. Dann kommen wir zur Artillerie. Dort haben wir 48 Punkte und bei der Hauptbatterie haben wir 4x252 Millimeter Geschütze mit einer Reichweite von 14,2 Kilometern, was etwas schlechter ist wie der Durchschnitt. Eine Ladezeit von 7,5 Sekunden, was auf jeden Fall eine relativ gute Ladezeit ist für die Stufe. Dauer für die 180 Grad Drehung sind 25,7 Sekunden, was minimal schlechter ist wie der Durchschnitt und die Sprenggranaten machen einen Höchstschaden von 2100 mit einer 9%igen Brandwahrscheinlichkeit und der AP-Granaten Höchstschaden liegt bei 3100. Damit haben wir auf jeden Fall einen etwas überdurchschnittlichen HE-Schaden pro Minute und einen durchschnittlichen AP-Schaden pro Minute. Natürlich relativ kleines Kaliber, sollte dementsprechend auch häufiger die HE nutzen, außer man hat natürlich irgendwie Breitseitenziele. Denn ist natürlich gerade gegen Kreuzer die AP auch sehr angenehm, wenn diese nicht zu weit weg sind. Allerdings haben wir hier einen etwas unterdurchschnittlichen Feuerstarter. Und dann haben wir noch bei der Sekundärbewaffnung 4x202 mm Geschütze mit einer Reichweite von 5 km, einer Ladezeit von 3 Sekunden und dort machen die Sprenggranaten einen Höchstschaden von 1500 mit einer 6%igen Brandwahrscheinlichkeit. Bei den Torpedos haben wir 20 Punkte und haben dort 2x4 533 mm Torpedowerfer mit einer Ladezeit von 96 Sekunden, was doch eher ein bisschen schlechter ist von der Nachladezeit. Dauer für die 180 Grad Drehung ganz normal 7,2 Sekunden. Höchstschaden liegt bei 15.433, was auf jeden Fall überdurchschnittlich ist für die Stufe. Torpedowerkennbarkeit zur See sind 1,3 km, was genau im Durchschnitt liegt. Torpedoreichweite sind 8 km, was etwas besser ist wie der Durchschnitt. Und die Torpedogeschwindigkeit sind 61 Knoten, was genau im Durchschnitt liegt. Ist natürlich sehr angenehm, die Torpedos, allerdings doch eher für den Notfall. Man möchte auf jeden Fall nicht hauptsächlich hier die Torpedos nutzen, wenn man dort mal dicht drankommt, dann nutzt man diese natürlich gerne, aber allgemein eher für den Notfall. Bei der Flugabwehr haben wir 41 Punkte und dort haben wir 5x4 12,7 mm Geschütze mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 10 und einer Reichweite von 1,2 km. Dennoch 2x1 20 mm Geschütze mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 7 und einer Reichweite von 2 km. Und zu guter Letzt noch 4x202 mm Geschütze mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 38 und einer Reichweite von 5 km. Und damit haben wir leider eine richtig schlechte Flugabwehr auf der Stufe, gerade was den mittleren Schaden pro Sekunde angeht, sind wir hier insgesamt nur bei 55. Da gibt es teilweise Schiffe auf der Stufe, die haben fast 4x so viel Schaden pro Sekunde. Dann kommen wir zur Manövrierbarkeit. Dort haben wir 65 Punkte und bei der Höchstgeschwindigkeit haben wir 32,5 Knoten, was etwas langsamer ist wie der Durchschnitt. Einen Wendekreisradius von 640 m, was auf jeden Fall ein relativ guter Wert ist. Kann man mit arbeiten, geht besser, aber ist auf jeden Fall in Ordnung. Guter Stellzeit sind 7,6 Sekunden, was auch mehr oder weniger genau im Durchschnitt liegt. Und zu guter Letzt kommen wir zur Tarnung. Dort haben wir 62 Punkte. Erkennbarkeit zu Wasser sind 11,3 km, was auf jeden Fall ein brauchbarer Wert ist. Relativ gut für die Stufe. Nicht so stark wie zum Beispiel die Italiener, aber dennoch deutlich besser wie die meisten Kreuzer. Erkennbarkeit zu Luft sind 6,8 km, auch hier wirklich ein sehr guter Wert. Garantierte Erkennbarkeitsreichweite ganz normal 2 km. Und Erkennbarkeit beim Feuern im Nebel sind 5,3 km, was auf jeden Fall auch ein sehr guter Wert ist. Dann kommen wir zur Kapitänskillung. Dort nutze ich den neuen Kreuzerkapitän, den wir dort bekommen haben, mit der Basisfähigkeit vorsichtig. Hier können wir auf jeden Fall nochmal unsere Erkennbarkeitsdauer und auch Reichweite im Nebel verbessern, was natürlich angenehm ist im Nebelkreuzer. Und geskillt habe ich einmal außerhalb der Reichweite, um einfach die Reichweite etwas zu verbessern. Alternativ wäre natürlich auch Loderner Flammen ein guter Skill, um einfach die Brandwahrscheinlichkeit zu verbessern. In der zweiten Reihe nutze ich aber Pyromane, um hier die Brandwahrscheinlichkeit zu verbessern. Aber auch der neue Skill von diesem Kapitänen, der einzigartige Geistergranaten, ist auf jeden Fall sehr interessant. Hier kann man die Reichweite im Nebel etwas verbessern und auch die Granatengruppierung. Wobei ich dann doch eher lieber über die Reichweite im ersten Skill gehe und dann die Brandwahrscheinlichkeit dort besser mache. In der dritten Reihe nutze ich leichte Festung, um einfach ein bisschen mehr Schaden kassieren zu können. Gerade bei diesem Schiff mit so wenig Trefferpunkten und wenig Panzerung ist es doch manchmal sehr schnell zu Ende. Das machen wir hier auf jeden Fall ein bisschen besser. 6% bei mir jetzt im Fall. Weniger Schaden ist natürlich nicht ganz verkehrt. In der vierten Reihe nutze ich Nebel über dem Wasser, um unsere Nebelwand nochmal ein bisschen besser zu machen. Und als legendären Skill nutze ich die Nachfüllstation, um dort nochmal ein bisschen die Nachladezeit zu verbessern. Alternativ ist aber natürlich auch vollständig verpackt sehr gut. Hier könnten wir nochmal eine vierte Nebelwand bekommen. Dort solltet ihr vielleicht mal selber ein bisschen gucken, braucht ihr eine vierte Nebelwand in den meisten Runden oder eher nicht so. Ich nutze aber auf jeden Fall die Nachfüllstation. Und bei den Inspirationen nutze ich einmal den Francesco Mimbelli, um nochmal die Ladezeit zu verbessern. Und den Nikolai Kuznetsov für etwas mehr Reichweite. Alternativ kann ich aber auf jeden Fall auch empfehlen, den Tarnwert vom Schiff etwas zu verbessern. Das funktioniert natürlich super mit dem Gunichi Mikawa in Kombination mit Jersey Swirsky als Inspiration. Dort habt ihr einfach dann durch den besseren Tarnwert die Möglichkeit, euch ein bisschen dichter ranzuschleichen. Wenn es denn kritisch wird, dann könnt ihr den Nebel zünden und die Gegner dort richtig ärgern. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr interessante Wahl. Ich bleibe aber bei dieser Skillung und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins Gefecht. So, wir sind im Gefecht auf der Karte Griechenland. Mit dabei der D-Ribs in der Arizona. Ein Zerstörer, vier Kreuzer, vier Schlachtschiffe in der Runde. Wir haben hier natürlich die kleine Variante von der Karte Griechenland. Und die Karte ist halt wirklich sehr klein. Gerade als Kreuzer natürlich sehr, sehr unangenehm. Aber umso besser. Das ist quasi fast die perfekte Karte für den Nebel, den wir hier haben. Wir haben hier ein Vierer-Fünfer-Gefecht. Ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir hier auf der A-Seite vielleicht ein bisschen helfen können. Das Schiff ist natürlich sehr, sehr ähnlich zur Huang-He, die wir haben im Spiel bereits. Auch was den Nebel angeht. Beide haben ja diesen Nebel, den man bei ein Viertel Geschwindigkeit nutzen kann. Was natürlich angenehm ist. Vorteil aber meiner Meinung nach bei A-Perf ist natürlich, dass wir einen zusätzlichen vierten Turm haben. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall höheres Schadenspotenzial. Was natürlich super ist. Auch hier haben wir auf jeden Fall bei den Torpedos die Möglichkeit, diese als Einzeltorpedos abzuwerfen. Und ja, wir müssen mal ein bisschen aufpassen. Ich beschieße hier gerade die Schlachtschiffe. Gerade dort mit der HE kann die Perf auf jeden Fall nervig sein. Wir müssen aber, wie gesagt, hier wirklich extrem aufpassen. Gerade ist relativ klein. Das heißt, dort sind drei Schlachtschiffe gerade. Eine Reichweite, um es zu beschießen. Daher nutzen wir jetzt hier auch mal den Nebel. Feindliche Perf. Nebeld auch gerade Richtung A. Konnten dort das Cap resetten. Aber der feindliche Zerstörer muss dort auch irgendwo in A sein. Sonst hätte ich mehr von den Reset-Punkten bekommen. Dementsprechend ist dort hundertprozentig der feindliche Zerstörer. Das ist schon mal eine Information, die sehr, sehr gut ist. Wir versuchen jetzt hier ein bisschen die Brände zwischen den feindlichen Schlachtschiffen zu verteilen. Wir konnten schön ein bisschen rückwärts fahren mit unserem Nebel. Um dort ein bisschen dichter ranzukommen. Da ist jetzt auch der feindliche Zerstörer aufgeklärt. Kriegen hier auf jeden Fall ein paar Brände. Das ist angenehm. Feindliche Perf macht sich dort wieder aus dem Staub. Wir versuchen jetzt hier vielleicht die Emerald zu beschießen, die hier wirklich nicht mehr viel Trefferpunkte hat. Allerdings auf diese Reichweite ein Kreuzer zu treffen, ist nicht ganz einfach. Auf maximaler Reichweite möchte man doch hauptsächlich Schlachtschiffe beschießen. Sonst ist einfach die Flugkurve zu hoch, um dort schnellere und kleinere Ziele zu treffen. Unser Nebel ist aber jetzt auch zu Ende. Deswegen gehen wir jetzt hier wieder so ein bisschen in die Kite-Position. Wir können natürlich hier die A-Seite nicht gewinnen. In Unterzahl. Aber wichtig ist es einfach hier nicht zu sterben. Unser Team ist ja in Überzahl auf der WC-Seite. Wenn dort die Seite gewonnen wird, sitzen wir zwei von drei Cap-Punkten. Und das ist natürlich dann super. Dann ist schon mal der Grundstein für den Sieg auf jeden Fall gelegt. Feindlicher Zerstörer hat gerade, glaube ich, ein Torpedo kassiert. Das ist natürlich super. Ich weiß nicht ganz genau, wo unser Zerstörer hin möchte. Der ist mehr oder weniger zwischen den feindlichen Linien. Ja, schauen wir mal, was da bei rauskommt. Rechts auch noch das letzte Schlachtschiff. Treffen hier sogar den Zerstörer mit einer Granate. 600 Schaden gemacht. Feindliche Perf schießt auf uns. Hat es aber natürlich auch auf die Entfernung sehr schwierig dort zu treffen. Und noch mal einen weiteren Treffer bei Vesta was machen. 44.000 Schaden mittlerweile zusammen bekommen. Bisschen durch Brände auf jeden Fall. Aber auch der Aufprallschaden ist in Ordnung. Für einen leichten Kreuzer. Ja, versuchen jetzt hier auch die Perf zu beschießen. Aber wie gesagt, unsere Granaten sind fast 14 Sekunden auf der Entfernung in der Luft. Schlachtschiffe kann man dort noch relativ gut treffen. Aber Kreuzer oder speziell Zerstörer wird schon schwieriger. So, die New York ist draußen. Relativ ausgeglichenes Gefecht, müssen wir dazu sagen. Ich habe gar nicht genau mitbekommen, wie sich der feindliche... Oh, der feindliche sei schon unser Zerstörer jetzt getan hat. Aber er wurde auf jeden Fall oben rausgenommen. Vermutlich von der Perf, die dort einfach hinterher gefahren ist. Aber die Furutaka nimmt den Zerstörer raus. Was natürlich sehr, sehr wichtig ist. Bringt uns hier wieder... ...in Führung. Und nimmt auch gerade das B-Cap ein. Beziehungsweise, was heißt Entführung? Entführung, was die Schiffe, die Verbleibenden angeht. Das Gegnerteam führt sogar noch, was die Punkte angeht. Aber wenn wir das B-Cap einnehmen, wird sich das relativ schnell ändern. Und ja, wir versuchen jetzt hier, wie am Anfang vom Gefecht... ...die Gegner dort wieder ein bisschen runterzubremsen. Sind halt immer noch drei Schlachtschiffe bei A. Ist natürlich sehr gefährlich. Aber wir haben den nächsten Nebeleinsatz bereit. Den können wir natürlich nutzen. Sehr schön. B-Cap ist eingenommen. Das bedeutet, dass das Gegnerteam natürlich jetzt... ...in der Position ist, irgendwas zu machen. Wenn die Zeit einfach umgeht... ...werden wir auf jeden Fall einen schönen Punkt der Vorsprung haben. So, wir nutzen den nächsten Nebel. Und versuchen jetzt hier, speziell die Kalifornier runterzuschießen. Bleiben hier auf ein Viertel Geschwindigkeit. Wie gesagt, ein Viertel Geschwindigkeit. Theoretisch minimal schneller. Wahrscheinlich so circa acht bis neun Knoten. Kann man mit diesem Nebel quasi fahren, ohne dabei aufgeklärt zu werden. Ist natürlich ganz angenehm. Definitiv nicht die weiteste Distanz, die man machen kann. Aber taktisch vielleicht nicht unbedingt immer für die Standard-Gefechte. Sehr nützlich. Aber gerade wenn es vielleicht auch mal um gewertete Gefechte geht, könnte das auf jeden Fall... ...in einer gut abgestimmten Kombination oder vielleicht Clan-Gefechte in der Zukunft eine interessante Strategie sein. Vielleicht auch zwei von diesen Schiffen, um dort quasi den Nebel fast permanent zu nutzen. Um dann quasi langsam über die ganze Karte zu fahren, ohne aufgeklärt zu werden. Das wäre sicherlich eine gute Strategie. So, wir nutzen jetzt hier auch unser Flugzeug, um weiterhin die Schlachtschiffe aufzuklären. Allerdings müssen wir aufpassen, unser Tarnwert dort ja 10,8 Kilometer. Die Kalifornien ist fast innerhalb dieses Tarnwertes. Von daher hören wir auf zu schießen und werden uns auf jeden Fall eine neue Position suchen. Wir konnten aber auf jeden Fall den Nebel relativ in Ordnung nutzen. Nicht unbedingt die meisten Schaden gemacht. Wir haben aber hier auch noch einen Brand, der gerade noch Schaden macht. Ich glaube 54.000 Schaden oder hatten wir 44.000 Schaden? Ich habe es leider vergessen, bevor wir den Nebel genutzt haben. Also auf jeden Fall zwischen was konnten wir noch rausholen. Wie gesagt, wir versuchen jetzt hier eventuell eine Insel so ein bisschen als Deckung zu nutzen. Nicht unbedingt gegen alle Schiffe, aber wenn wir jetzt hier quasi im Freien geschossen hätten, dann hätten wir quasi drei Schlachtschiffe gehabt, die auf uns schießen. Aus zwei verschiedenen Winkeln. Da ist man natürlich mit so einem leicht gepanzerten Schiff relativ schnell draußen. Dementsprechend versuche ich wenigstens jetzt hier eine Insel zwischen zwei von den Schlachtschiffen und mir zu bringen. Und versuche dann quasi, ich glaube, die Fuso auf der linken Seite zu fokussieren. Wir können aber nochmal eben zweimal auf die Kalifornia schießen. Und jetzt konzentrieren wir uns vorerst auf die Fuso. Die anderen zwei Schlachtschiffe können halt nicht auf uns schießen. Daher ist natürlich das Risiko deutlich geringer, dort massiven Schaden zu kassieren. Wenn natürlich nur eins von drei Schlachtschiffen auf uns schießen kann. Feindliche Warspile dort auch mit dem Großkaliber. Okay, Fuso schießt. Und ist dieses Mal nicht auf uns. Das ist gut. Konnten einen Brand machen, hat aber direkt das Schadensbegrenzungsteam genutzt. Jetzt heißt es, noch einen weiteren Brand machen und die Fuso wird runterbrennen. Sofern er keine Heilung mehr hat. Wir verlieren jetzt hier leider unsere Furutaka. Die hat es dort leider nicht ganz so gut geschafft, die Insel zu nutzen. War genau von beiden Seiten offen. Von oben konnte er von der California beschossen werden. Von unten noch von der Fuso. Konnten jetzt hier sogar Schleife ausweichen. Wir suchen jetzt hier vielleicht erstmal nur unsere Heckgeschütze zu nutzen. Ich möchte natürlich auch nicht so viel Angriffsfläche bieten. Und kriegen den Brand. Sehr, sehr schön. Sollte dort in wenigen Sekunden runterbrennen. Schießt noch einmal auf uns. Brand reicht. Und auch dieses Mal, dadurch, dass wir rückwärts gefahren sind, hat er wahrscheinlich nicht bemerkt. Konnten wir ohne einen Kratzer zu kassieren, ausweichen. Und jetzt ist es natürlich nur noch ein 3 gegen 2. Die Dankhörg oben hat es auch geschafft, die feindliche Perf rauszunehmen. Und wir nutzen jetzt hier unsere letzte Nebelwand und auch unser Flugzeug, um hier quasi die Warspite selber aufzuklären und dann quasi auch noch selber zu beschießen. Das ist natürlich im 1 gegen 1 eine Kombination, die unfassbar nervig ist für die Gegner, weil ich kann ihn sehen und beschießen und er halt nicht. Zusätzlich kann ich dann halt auch noch mich dabei bewegen, versuchen jetzt hier nochmal mitzuhelfen bei California. Die Warspite auch schon sehr verzweifelt dort blind in den Nebel reingeschossen. Glück nicht getroffen. Aber das ist glaube ich fast die perfekte Runde, um wirklich ein bisschen zu zeigen, wie man den Nebel optimalerweise nutzt. Gerade in Kombination mit dem Katapultjäger, um dort selber noch die Aufklärung zu übernehmen. Ist natürlich einfach eine starke Kombination Flugzeug plus Nebel. Und die Warspite können wir hier auf jeden Fall auch schön runterschießen. Wir kriegen jetzt hier auch unseren Großkaliber, der D-Rips auch fast zeitgleich mit dem Großkaliber. Also hier beide hier eine super Runde gemacht. So, sieben Sekunden bleibt uns noch, was der Nebel angeht. Aber die Warspite hat ja auch nicht mehr so viele Trefferpunkte. Von daher brauchen wir uns hier auch nicht verkrümmeln. Vielleicht haben wir Pech und kassieren gleich einen vernichtenden Schlag. Weil ich glaube, so lange lebt die Warspite gar nicht mehr. Und am Ende werden wir noch von der Sekundär getroffen. Der einzige Schaden, den wir hier in der Runde kassiert haben. 109.000 Schaden wurden es am Ende mit 254 Zieltreffern. Zwei Schiffe zerstört, 17 Brände, einmal einen Cap verteidigt. Den gab es einen Sekundärtreffer und das Großkaliber. Wir bauen uns natürlich auch schnell das Teamergebnis an. Dann hier super Divisionsleistung. Beide hier mit dem Großkaliber. Das heißt, wir haben hier 60% vom Gesamtschaden von unserem Team gemacht. Sozusagen mit zwei Spielern, wenn man die Heilungen wegrechnen würde. Denn auch die Macken sind eine gute Runde. Speziell auch unsere Furutaka muss man auf jeden Fall loben. Der hat das auf jeden Fall dort oben bei B super gemacht. Hat dort dann quasi erst noch gut Schaden gemacht. Und dann das Cap eingenommen. Wo das Cap dann quasi eingenommen war, war eigentlich so der Punkt. Auch wenn es von den Schiffen immer relativ knapp war. Wo der Sieg dann quasi fast in der sicheren Tasche war. Aber auch im Gegnerteam auf jeden Fall die Warspite. Sehr starke Runde. Gucken uns nochmal schnell den Wirtschaftszweig an. 283.000 Kreditpunkte Profit gemacht mit einem seltenen Booster. Und dann gab es noch etwas an Erfahrung. So Leute, das soll es auch soweit mit der Schiffsvorstellung der Perth gewesen sein. Auf jeden Fall ein interessantes Schiff. Gerade die Kombination dieser schleichenden Nebel mit dem Flugzeug, mit dem Katapultjäger ist auf jeden Fall ganz interessant. Weil man dort wirklich die Aufklärung mit übernehmen kann. Und zusätzlich den halt quasi schießen kann. Ohne dass der Gegner quasi, wenn er kein Radar oder sowas hat, was machen kann. Das ist natürlich eine sehr, sehr geile Sache. Hat auch speziell am Ende gegen Warspite super funktioniert. Er konnte einfach nichts machen in der Situation. Das ist natürlich eine starke Kombination. Und ist auf jeden Fall ein solides Schiff. Relativ gute HE, AP. Nicht unbedingt sehr stark, wenn man dicht dran ist. Feindliche Kreuzer für Breitseite hat. Ist natürlich auch die AP super. Aber HE ist eher so die Hauptmunition, die man nutzen sollte. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Ein Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.